Ja mal Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von Omsitz 2 und zwar fahren wir heute auf Bad Zügelsdorf die kleine Linie Erweiterung die Linie 333, das ist der Stadtverkehr Sechelsberg das Ganze geht da gar nicht mal allzu lange, wenn überhaupt 10 Minuten glaube ich sogar so, wählen wir das mal aus Sechelsberg, Bahnhof, das ist ja im Prinzip eine Rundlinie genau Abfahrt ist um 12.45 Uhr machen wir jetzt halt ein bisschen Vorjahr, machen wir so Was kannst du machen? Irgendwie weiß ich nicht warum schildert der nur die Liniennummer Ähm, ich wollte sagen wir fahren einfach trotzdem los Ähm, genau Abfahrt Äh, wir fahren nicht nach links, wir fahren jetzt hier nach rechts in die Wendeschleife und fahren zurück fahren im Prinzip da wo die kleine Einfahrt ist da fahren wir dann da rein Ähm, genau Da kommt nichts Junge Was ist mit dir? Mann ey Hier fahren wir nicht rein Ach, ist die nächste Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man es auch versteht Ähm, genau Jetzt Ja, da muss man es auch nicht aufpassen, dass man es auch nicht aufpassen So, jetzt fahren wir hier vorne rechts rein Ähm, das Ganze wird nicht angezeigt, aber man fährt hier rein tatsächlich Dann sollte es auch alles passen, also lauter Uhrzeit passt es auch noch Alles Ähm, genau So, ich hoffe, dass man gleich ein Problem hat an meiner Kurve Weil sich das ja mal ganz gerne mal da staut So Ich muss das Kopf mal hier mit dem Wiener schildern Ja, ich verstehe das irgendwie nicht, also Das ist so Das ist so Unauträglich Das muss man mal gucken Ob man das hier irgendwo drin haben Ähm Ja, ich verstehe das irgendwie nicht Also, ich verstehe das irgendwie nicht Ich verstehe das ja Das ist so Ich verstehe das irgendwie nicht Ich verstehe das, ich verstehe das ja Ja, neue Ansagen werden auch mitgeliefert. Ja, ganz cool. Ist nicht so arschlaut, wie es manchmal ist. Ich habe das ganze Fahrrad gemacht. Du hast das ganze Fahrradfahrt gemacht. Wir haben die Fahrradfahrt gemacht. Sechelsberg-Wilzergasse Sechelsberg-Urheim Das ist wirklich eine coole Sache, sag ich mal, dass es eine Rundlinie gibt. Das ist auch was anderes. Nicht immer diese ewige Gummi-Farbe. Sechelsberg-Urheim Fährt man nicht überhaupt hier lang? Ich glaube eigentlich gar nicht, ne? Naja, ich glaube eigentlich nicht. Oh, ne. Ansonsten ja hier ist es wieder genau, da kommt man ja von der anderen Seite, glaube ich. Da bin ich alles täuscht. Junge! Sechelsberg-Bahnhof Enthalte Stelle Bitte alle aussteigen. Ja, das Ganze könnt ihr euch in der Webtoos herunterladen. Sucht einfach mal Linie 333-Watt-Hülsdorf. Solltet ihr das eigentlich schon längst finden? Äh... Ja... Das ist im Prinzip die Linie. Ne? Ist ganz cool auf jeden Fall. Will ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und... Tschüss! Tschüss! Ameinnah!